34,80 bekomme ich dann. Jetzt muss man dafür noch bezahlen. Ich dachte, die Lottofee ist umsonst. Die Beerdigung wurde doch verschoben. Die verschoben auf Wandel. Es ist also nicht mehr klar, ob die Beerdigung am Sonntag wirklich stattfindet, ja? Glaubst du, nur du hast was zu tun? Können wir hier nicht mal bei Oma bleiben? Was macht sie denn jetzt eigentlich? Gerade viel Theater. Theater hat sie ja schon immer gemacht, ne? Ja. Ist das eigentlich traurig? Ja klar, warum? Weißt du, ich hab meiner Mutter früher was geklaut, wenn ich mich über sie geärgert habe. Ist der von Oma? Nein, nur den wollte ich immer haben. Auf Marie. Weißt du, ey, ich dachte einfach nicht, dass ich so früh stirb. Sag mir, wie soll ich okay bleiben, ohne leiden, okay bleiben mit dir? Sag mir, wie soll ich okay bleiben, ohne leiden, okay bleiben mit dir?